Das ist das Schlafzimmer einer fünfköpfigen Familie. Und die ist nicht etwa gerade erst eingezogen. Die Familienmitglieder leben freiwillig, so spartanisch. Und das ist Familie Yagi. Mama Sumika ist von Beruf Krankenschwester. Das sind ihre drei Kinder. Der vierjährige Ryota, Baby Tsubasa und Haruto sieben. Und dann ist da noch Papa Masaru, Medizintechniker und Hund Pocky. Die Familie wohnt in einer 60 Quadratmeter großen Zweizimmerwohnung. Und die ist fast leer. Es gibt kaum Möbel. Nicht mal ein Bett können wir entdecken. Jeden Abend breite ich hier unseren Futon aus und wir schlafen hier zu fünft. Zu fünft in einem Bett, das man jeden Tag auf- und wieder abbauen muss. Das hört sich anstrengend an. Familie Yagi ist, wie die meisten Japaner, nicht arm. Beide Eltern haben gut bezahnte Jobs. Aber warum ist diese Lebensweise in Japan auf dem Vormarsch? Ich habe angefangen, mich mit Minimalismus zu beschäftigen, als ich Kinder bekommen habe. Ich dachte, ich muss jetzt in ein größeres Haus umziehen. Aber ich wollte auch Zeit für meine Kinder haben und ihnen Erfahrungen außerhalb des Hauses ermöglichen. Ich dachte, ich kann unser Geld besser verwenden, um ihnen Erlebnisse zu ermöglichen, statt ihnen Dinge und Krimskrams zu kaufen. Im Wohnzimmer entdecken wir einen Wandschrank. Und dürfen sogar reinschauen. Hier lagern die Dinge, die Mutter Sumika und den drei Kindern gehören. Der Schrank ist halb leer. Von hier bis da war mein Schrank früher voll. Und ich hatte drei solcher Schränke. Früher habe ich Klamotten geliebt. Shopping war mein Hobby. Das war, bevor ich Minimalistin wurde. Mein Mann hat damit angefangen. Am Anfang war das für mich ganz schön schwierig, mit wenigen Sachen auszukommen. Inzwischen beschränkt sich Sumika auf 15 Kleidungsstücke. Aber ist das nicht auch manchmal ein bisschen langweilig? Ja, naja, manchmal schon. Aber wenn ich jetzt etwas sehe, das mir gefällt, was ich einfach niedlich finde, dann kaufe ich es nicht mehr einfach gleich. Ich denke nach, ob ich es wirklich brauche. Nur ganz selten gönne ich mir dann noch etwas Neues. Das sind meine kleinen Momente, wo ich nicht so minimalistisch bin. Aber dafür gebe ich dann etwas anderes zur Kleiderspende. Papa Mazarus Schrank ist noch leerer. Er besitzt außer den Klamotten, die er trägt, nur zwei Hosen, zwei Hemden und drei Jacken. Wir haben fast ein schlechtes Gewissen. Unser Kamerateam hat gefühlt mehr Krempel und Ausrüstungsgegenstände dabei, als die ganze Familie Yagi besitzt. Das ist unser Familienschrank. Da ist alles drin, was wir sonst noch brauchen. Also eigentlich ist das noch zu viel. Ich denke, das meiste brauchen wir nicht unbedingt. Das ist mein Handtuch. Es ist sehr praktisch, klein und es trocknet sehr schnell. Du weißt, wir sind fünf Personen im Haushalt. Da müssen wir fast jeden Tag waschen. Und deswegen versuche ich alles sehr einfach zu halten und mit ganz wenig auszukommen. Mazarus Grundsatz lautet, alles, was er ein Jahr lang nicht gebraucht hat, wird entweder verschenkt, verkauft oder weggeschmissen. Ich fühle mich freier, je weniger Dinge rumstehen. Zum Beispiel, wenn man diese Kiste mit dem Kram hier wegnimmt, dann sieht das schon viel schlichter und sauberer aus. Du magst diese Kiste nicht besonders. Zu viele Dinge, oder? Ja. Die Kinder sind inzwischen in der Schule. Masaru und Sumika wollen ihren freien Tag mit dem Baby draußen verbringen. Drinnen gibt es ja auch nicht viele Spielmöglichkeiten. Ist die Babytrage gekauft oder geliehen? Gekauft. Masaru wäre es offensichtlich lieber, wenn die Babytrage geliehen wäre. Gegenstände zu kaufen, geht ihm inzwischen gegen den Strich. Nicht aus Geiz, sondern aus Prinzip. Auf uns wirkt das ein bisschen übertrieben. Ob die Yagis auch minimalistisch essen? Ja, meistens nehme ich einfaches Weißbrot. Vielleicht ist das auch ein bisschen minimalistisch. Wenn man immer das Gleiche nimmt, braucht man nicht so viel Zeit, sich zu entscheiden. Also ja. Masaru zieht das offenbar in allen Bereichen durch. Nur Sumikas Rucksack passt nicht ganz ins Bild. Zeug rumschleppen ist doch nicht minimalistisch, oder? Jetzt wollen wir natürlich wissen, was da drin ist. Ich habe hier eine Matte zum Wickeln. Ein Mützchen fürs Baby. Feuchttücher und Wände. Für ihr Baby machen die beiden also Ausnahmen. Früher sah Sumikas Tasche noch ganz anders aus. Ich hatte einen Föhn. Einen Schal. Make-up. Viel, viel Zeug, das man nicht braucht. Jetzt beschränkt sich Sumika nur auf das Nötigste fürs Baby. In einem minimalistischen Haushalt aufzuwachsen, bedeutet das für die Kinder der Yagis viel Verzicht? Wir gehen oft raus. Entweder wie jetzt in einen Park, in Restaurants oder machen Ausflüge. Was erleben ist für uns wichtiger als Gegenstände zu besitzen. Unsere Welt ist draußen. Okay, das hört sich ja ganz gut an. Auch wenn man dafür vielleicht nicht unbedingt Minimalist sein muss. Zurück in der Wohnung treffen wir auch Ryota und Haruto wieder. Die einzigen Bilder an der Wand sind Zeichnungen der beiden. Und es gibt auch eine Spielzeugkiste im Wohnzimmer. Für ihren Nachwuchs machen die Yagis durchaus Ausnahmen. Wie das wohl wird, wenn die Kinder größer sind und größere Wünsche haben? Noch sind die Kids leicht zufriedenzustellen. Als Papa Masaru einen kleinen Imbiss für die beiden vorbereitet, nutzen wir die Gelegenheit, um die Ausstattung der Küche mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Wir haben für jeden in der Familie einen Teller. Wenn wir Gäste haben, bekommt eben nicht jeder einen Teller, sondern wir essen gemeinsam vom großen Teller. Wenn wir wirklich mal mehr Geschirr brauchen, kaufen wir eben schnell ein paar Plastikteller. Aber das ist noch nicht vorgekommen. Na, die Idee mit den Plastiktellern ist jedenfalls nicht besonders umweltfreundlich. Guten Appetit! Die Kinder der Yagis sollen lernen, dass es nicht so wichtig ist, die neuesten Spielsachen oder coolsten Klamotten zu besitzen. Aber dann fällt uns der große Fernseher an der Wand auf und im Schrank haben wir ein Notebook entdeckt. Auf moderne Technik verzichten die Minimalisten also nicht ganz. Auch wenn Masaru den Fernseher am liebsten abschaffen würde. Aber gibt es auch etwas, auf das er nicht verzichten könnte? Meine Familie. Definitiv. Ohne die könnte ich nicht leben. Ja, okay. Aber wir meinten jetzt eher einen Gegenstand. Also wenn ich etwas aussuchen müsste. Einen Gegenstand. Also am ehesten würde ich mein Smartphone vermissen. Das würde mir schon schwerfallen, darauf zu verzichten. Ah, da ist Masaru uns dann doch ganz ähnlich. Sumika zeigt uns jetzt noch das Badezimmer. Für Japaner ist Hygiene extrem wichtig. Aber auch hier beschränkt sich die Familie auf das Nötigste. Das bringt uns auch zum Nachdenken, was wir eigentlich brauchen und was überflüssig ist. Ich hatte all dieses Zeug. Gesichtswasser. Feuchtigkeitscreme. Tagcreme. Nachtcreme. Foundationcreme. Wie viel ich ausgegeben habe? Ich habe 50 Mal mehr Geld ausgegeben als jetzt. Also etwa 30.000 Yen im Monat. Das sind fast 300 Euro, die Sumika jeden Monat spart. Das Geld will sie für die Zukunft und die Ausbildung ihrer Kinder anlegen. Doch ganz leicht fällt ihr der Verzicht nicht. Ich fange an, mich auch ohne das Make-up schön zu finden. Aber so ganz bin ich da noch nicht da. Minimalist zu sein ist nicht immer einfach. Und vielleicht haben die Fragen während unseres Drehs auch Masaru nachdenklich gestimmt. Mein Wunsch für die Zukunft ist. Also ich hoffe, dass meine Familie und vor allem meine Frau auch mit diesem Lebensstil glücklich wird. Ich weiß, dass es ihr manchmal schwer fällt, auf Dinge zu verzichten. Aber ich denke, wir sind so insgesamt glücklicher. Das hoffe ich wirklich sehr. Das wünschen wir der Familie von Herzen und denken in Zukunft selbst öfter darüber nach, was man so braucht zum glücklich sein. Wahrscheinlich ist es oft wirklich weniger, als man glaubt.